Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Double Opt-in. Das sogenannte Double Opt-in ist ein Verfahren im Online-Marketing, bei dem der Abonnent eines Newsletters oder den Erhalt von Unternehmensinformationen, also Werbung, seine Zustimmung im Gegensatz zum Single Opt-in zusätzlich mit einem weiteren Schritt bestätigen muss. Diese Methode gehört zu den heute gängigsten Verfahren, mit welchen User ihr Einverständnis zum Erhalt von E-Mails oder Telefonaten geben können. Allerdings ist noch nicht abschließend geklärt, ob das Double Opt-in umfassende Rechtssicherheit schafft. Also gemeint ist damit, ob das tatsächlich ausreicht, euch mit Werbeanrufen zu überfluten. Kurz und knapp. Das Double Opt-in ist ein Verfahren, wo ihr zum Beispiel eure E-Mail-Adresse in ein Formular eintragt, dann eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Link erhaltet, den ihr klicken müsst. Alternativ kann hier auch ein Code in der E-Mail vorhanden sein, den ihr dann in dem Formular in einem weiteren Feld eintragen müsst, um zu bestätigen, dass ihr ihr seid und euch diese E-Mail-Adresse eben auch gehört. Das Gleiche gilt auch fürs Telefon. Wenn man seine Festnetznummer angibt oder auch die Handynummer, spielt hierbei keine Rolle, müsste sofort das Telefon klingeln, wo man euch einen Code durchgibt. Und alternativ kann auch hier eine SMS verschickt werden und das Passwort, was man dort erhält, meistens so zwischen 4- und 8-stellig, muss man dann in das Online-Formular, wo man seine Daten einträgt, nochmal eintragen, um eben zu bestätigen, dass die Telefonnummer auch zu euch gehört. Durch die Verschärfung des Werberechts müssen Online-Händler und Unternehmen verstärkt darauf achten, dass Mailings und Telefongespräche nicht ohne das Einverständnis der Empfänger verschickt werden oder eben angerufen wird. Denn in Fällen von unerwünschter Werbung, egal ob am Telefon oder per E-Mail, sind im Extremfall sechsstellige Abmahnkosten möglich. Das war natürlich noch nicht immer so. Früher hat es ausgereicht, wenn ihr eure E-Mail-Adresse und oder Telefonnummer in ein Formular eingetragen habt und habt dann ein Häkchen gesetzt, dass ihr beispielsweise Werbung bekommen dürft. Also egal, ob bei E-Mail oder beim Telefon. Das Problem dabei ist eben nur, man weiß nie, ob der schlingelige Nachbar oder irgendjemand, den ihr nicht mögt, eure Daten da eben einträgt, um sie zu missbrauchen und euch eben zu schaden mit vielen Anrufen. Das Double-Opt-In-Verfahren hat sich zur Anmeldung für Newsletter oder Info-Mails oder Info-Anrufen beziehungsweise Push-Nachrichten bei Apps oder auch SMS-Infos vielfach bewährt. Rechtlich vorgeschrieben ist, die Verwendung des Double-Opt-Ins war nicht wirklich. Allerdings ist es mitunter die einzigste Möglichkeit, für den Werbetreibenden nachzuweisen, dass er auch wirklich die Erlaubnis bekommen hat, anzurufen. Das heißt, das Double-Opt-In ist vom Prinzip her leider gesetzlich nicht vorgeschrieben, wird aber auch von den Kriminellen in keinster Weise irgendwie benutzt. Ich meine, ihr hört das ja hier immer wieder auf dem Kanal. Alle Anrufe, die hier reinkommen, sind grundsätzlich nicht erlaubt, weil ich einfach niemandem davon die Erlaubnis gegeben habe. Natürlich habe ich mich selbst eingetragen. Allerdings ist das immer so ein Problem mit dem, naja, einfach anrufen. Denn ich habe diese Nummer oder meine Nummer nur einmal eingetragen, um, naja, zum Beispiel allein im Gewinnspiel mitzumachen und dann darüber informiert zu werden, dass dann hinterher noch Werbeanrufe kommen. Naja, das steht entweder im Kleingedruckten oder gar nicht mit dabei. Und selbst wenn, dann hätte ich ja eigentlich nur die Erlaubnis für den Gewinnspielbetreiber gegeben, mich anzurufen und nicht noch für die 100 anderen Anrufe, die dann irgendwann noch folgen. Hier werden die Daten einfach verkauft. Das Problem ist eben Rufnummerns-Poofing, wie so oft. Man kann die Rufnummern nicht zurückrufen und dadurch eben auch nicht rausfinden, wer euch angerufen hat. Den Firmennamen, den kann man ja einfach, ja, sich ausdenken. Und den Namen vom Mitarbeiter ja sowieso. Hören wir ja hier auch immer wieder. Die Funktion des Double-Opt-Ins ist also klar. Ihr tragt eure E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, Handynummer in ein Feld ein und bekommt dann eine Bestätigungs-E-Mail, eine Bestätigungs-SMS oder einen Bestätigungsanruf. Ja, mit der zweiten Option, die ihr dann noch bestätigen müsst. Entweder per Klick oder eben per Code-Durchgabe. Meistens sind hier nur Ziffern angegeben. Ganze Sache einfacher zu machen. Ist ja auch kein Passwort. Im Grunde genommen bestätigt man ja nur mit dieser kleinen, leichten Zahlenfolge, dass die Rufnummer mir gehört. Wenn in dem Moment, wo ich gerade angerufen werde, ja, oder meine E-Mail-Adresse irgendwo eintrage, meistens ist dieser Moment auf ein paar Minuten begrenzt, damit man beispielsweise nur zehn Minuten Zeit hat, das Ganze freizuschalten und nicht irgendwelche Codes durchprobieren kann. Es gibt aber nicht nur Opt-Ins oder Double-Opt-Ins. Es gibt auch tatsächlich noch Opt-Outs. Ein Opt-In ist vom Prinzip ja nur ein Häkchen. Das Double-Opt-In ist ein Häkchen und dieses Passwort, was man per E-Mail oder per SMS oder per Telefonhörer durchgesagt bekommt. Ein Opt-Out ist eine Option, die man abwählen muss. Das heißt, das Opt-In ist schon gesetzt und ihr müsst es deaktivieren. Das ist in Deutschland auch nicht erlaubt. Im Gegensatz zum Opt-In wird bei einem Opt-Out bereits vorab ein Häkchen im Bestellformular oder in welchem Formular auch immer für beispielsweise den Empfang einer Werbe-E-Mail gesetzt. Oder eben auch Werbetelefonat spielt hier keine Rolle. Dieser muss eben manuell abgewählt werden, um keine Werbung zu bekommen. Laut Datenschutz-Grundverordnung, also DSGVO, handelt es sich hierbei im Gegensatz zum aktiven Opt-In. Nicht um ein Einverständnis. Also grundsätzlich hat ein Opt-Out somit keine rechtliche Wirkung. Also habt ihr vergessen, diesen Haken abzuwählen, hat man trotzdem nicht das Recht, euch anzurufen. Der Vorteil von einem Double-Opt-In liegt ganz klar auf der Hand. Grundsätzlich schützt ein Double-Opt-In das Unternehmen. Denn mit einem Double-Opt-In-Verfahren ist eine nahezu rechtssichere Möglichkeit geschaffen worden, durch die sich Unternehmen den Erhalt von E-Mails oder eben, wenn die euch anrufen möchten oder euch E-Mails schicken möchten, damit sichern die sich ab. Da der Kunde hier manuell einen Schritt einbauen musste und hier quasi aufmerksam sein musste, um eben diesen Opt-In, also diesen Anruf oder diese E-Mail zu bestätigen. Hat die Firma das nicht, dann macht sie sich strafbar wegen illegaler Werbung. Das heißt natürlich, dass so ein Opt-In bzw. Double-Opt-In ja eigentlich ein Nachteil für die Firmen sind, da hier keiner mehr Werbung haben möchte und ja alle das doch definitiv nicht anklicken freiwillig, weil wer möchte schon ein vollkommen überladenes Postfach haben? Das ist ein riesengroßes Problem für alle Firmen und Gewerbetreibenden. Denn naja, Werbung ist tatsächlich das, wo jede Firma von lebt. Ohne Werbung keine Interessenten. Ohne Werbung kein Verkauf. Vollkommen logisch. Für die Firmen ist das natürlich immer im Zwiespalt. Und aus diesem Grund halten sich hier auch viele Firmen einfach nicht an dieses Gesetz. Gerade wenn wir hier so schlingelige Firmen am Telefon haben, wo grundsätzlich alles nur Betrug ist. Die halten sich sowieso nicht daran, weil letztendlich ist die Nachverfolgung hier in diesen Fällen fast unmöglich. Also einfach nur nochmal kurz und knapp. Firmen dürfen euch Bestätigungs-E-Mails einfach so senden. Wie zum Beispiel eine Rechnung, eine Bestellbestätigung, wer irgendwelche Fehler, ihr habt was gekauft und da funktioniert was mit der Lieferung nicht. Hier dürft ihr natürlich angerufen werden. Oder eben auch, man kann euch da problemlos eine E-Mail zu schicken. Allerdings darf man in diesen E-Mails keinerlei Werbung verbauen. Das heißt, Bestätigungs-E-Mails müssen Bestätigungs-E-Mails bleiben. Und Nachfrageanrufe müssen Nachfrageanrufe bleiben und dürfen nicht spontan zu einem Verkaufsgespräch werden. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch in eurem Umfeld von irgendjemanden belästigt wird. Das ist ja heutzutage nicht mehr so einfach. Informiert daher alle in eurer Umgebung, was es so für Möglichkeiten gibt und dass diejenigen, die euch anrufen, einen Double-Opt-In besitzen müssen. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden, tja, am Ende auf irgendeine Masche reinfallen oder einfach am Telefon bleiben. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können und klar ist, dass wir auch nie alle verstehen werden, wie man da einfach drauf hereinfallen kann, wenn jemand anruft. Aber es gibt nun mal jede Menge Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann verpasst du auch nie ein neues Video, da du immer eine kleine Push-Benachrichtigung bekommst. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. .